Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag und ich möchte ein kleines Sonntagsvideo veröffentlichen. Heute geht es vor allem mal wieder um Märkte, die ich mit den COD-Daten analysiert habe, aber auch um die News der kommenden Woche, denn da gibt es einige, die sehr interessant sind. Und ich möchte noch einen Sektor bzw. eine Aktie vorstellen, die ich im Moment sehr interessant finde, gerade jetzt vor dem Hintergrund des Atomausstiegs. Und das ist alles in diesem Video. Zunächst aber natürlich wie immer der Risikoanweis. Alles, was ich hier über die Aufzeichnung und Kontur ist, meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Hoffnung und kein Risiko. Schauen wir uns einfach mal zunächst die News an, die für die kommende Woche anstehen. Diese Woche waren ja die News sehr extrem, deswegen hat der Markt auch so krass reagiert. Einige Prognosen waren deutlich eben verfehlt und für die kommende Woche stehen eben wieder spannende News an. Für mich besonders wichtig eben nochmal der Montag natürlich mit der EZB, weil da nochmal ein Speaking ist. Aber natürlich wirklich richtig los geht es mit den News für mich erst ab Dienstag. Hier eh typischer Standardmarkt für mich im Dienstag und da mein ZDW-Index wird da bekannt gegeben, bin ich gespannt, wie die Prognosen ausfallen. Dann Mittwoch wird es ein richtiger Währungstag, da haben wir nämlich das britische Pfund, der Euro und Neuseeland Dollar, wo die Inflationszahlen veröffentlicht werden und da kannst du natürlich zu extremen Ausschlägen dann kommen, je nachdem wie die Inflation ausfällt. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und dann Freitag für mich hier nochmal PMI, ganz interessant, also nochmal deutscher Aktienmarkt, Standardmarkt, also wieder für mich am Freitag, unbedingt die Daten sich merken und anschauen und könnte extrem werden und interessant werden. Eben auch schon das EZB-Meeting hier eben um 11 Uhr. Mal gucken, was da genau gesprochen wird und wie die Argumentationen sind. Und vor allem der Ausblick vielleicht auch für die Zinsen in Zukunft könnte spannend werden. Ich handel ja bei sowas in der Regel immer Abweichungen, die finde ich am besonderssten oder am interessantesten eben zu handeln, denn da gibt es meistens dann ordentlich Bewegung im Markt. Schauen wir uns aber jetzt mal ein bisschen die Märkte an. Und ich nutze ja selber sehr, sehr gerne die Code-Daten. Ich habe ja einen Kurs dazu aufgebaut, wen das interessiert. Einfach mal auf bayangold.com gucken, da gibt es Infos zu den Code-Daten. Ich finde einfach, dass die Code-Daten wahnsinnig geniales Tool sind. Mit diesem Tool kann man die Märkte extrem gut analysieren und hat einfach eine Hilfestellung, um gute Wendepunkte eben zu finden. Die Code-Daten helfen uns aber noch bei vielen, vielen anderen Dingen. Das ist ein sehr komplexes Tool, was man nutzen kann, aber man kann es eben auch ganz einfach machen. Und ich habe hier mal die super einfache Variante gewählt, um einfach mal ein paar Märkte aufzuzeigen, die zumindest aktuell nach Code-Daten interessant sind. Wie man das am Ende dann aber dann genau umsetzt, das ist dann nochmal eine Detailfrage. Nichtsdestotrotz schauen wir uns einfach mal ein paar Märkte an, die ich im Moment sehr spannend finde. Zum einen Kakao und nach Code-Index, der ist eben da unten angekommen, also wieder bei der Nulllinie. Deswegen bewegt er sich auch bloß so seitwärts. Und das war in der Vergangenheit meistens ein guter Zeitpunkt, eben zu shorten. Und heute haben wir wieder das gleiche Szenario. Ich gehe davon aus, dass hier eine mehrtägige Abwärtsbewegung einsetzt, vielleicht sogar ein, zwei Wochen sogar. Und kann man mal einen Short versuchen. Sojabohnen schaut das Ganze relativ ähnlich aus. Auch hier eher die Tendenz Short-mäßig. Indikator ist da unten schon mal bei Null ja angekommen gewesen. Ist jetzt wieder leicht gestiegen. Nichtsdestotrotz, der Markt ist eher Short-gerichtet. Gibt aber noch einige andere Sojamärkte zum Beispiel. Sojabohnenöl oder so. Da schauen die Code-Daten ganz anders aus. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, weil ich wollte jetzt ja nur einfach mal die Sojabohnen als Gesamtes oder als Großes rauspicken. Und da schaut es eher bärisch aus. Und finde ich aber jetzt am wenigsten spannend von den Märkten, die ich hier jetzt aufzeige. Weizen hingegen, der schickt sich an, hier ein wunderschönes Kaufsignal auszubilden, wenn man nur die Code-Daten nimmt. Also wenn der Code-Indikator hier oben ankommt, da haben wir mal eine lange Phase gehabt, wo er bei 100 gestanden ist, beziehungsweise bei 1 gestanden ist. Und da sieht man auch schon, dass man die Code-Daten nicht immer so simpel ablesen kann. Das heißt, wenn er da oben ist, da sieht man jetzt eine lange, lange Phase und trotzdem fällt der Markt immer noch weiter. Das heißt, wir brauchen noch andere Tools oder Hinweisgeber, um wirklich dann die Wände zu finden. Hier aber nichtsdestotrotz, die Tendenz geht hier nach oben. Und das heißt, für Weizen könnten wir zumindest kurzfristig hier mal wieder eine kleine Aufwärtsbewegung sehen. Außerdem, meine grüne Linie, die hat schon einen Ausbruch nach oben gemacht. Also die macht die neuen Tiefs gar nicht mehr mit, sondern steigt tendenziell aktuell. Und das ist auch für mich ein Hinweis, dass hier eben eine Aufwärtsbewegung stattfinden könnte. Außerdem Zucker, ja, auch Zucker aktuell sehr, sehr, sehr spannend für, zumindest wenn man die Code-Daten als reines Tool nutzt und sonst nichts dazu nimmt. Natürlich, wenn man sich das Video wieder anschaut, wenn hier unten immer die Nulllinie erreicht wird, möchten wir eher Short-Positionen eröffnen. Und hier kommen wir eben gerade wieder in den Bereich von der Nulllinie rein. Das heißt, Zucker möchten wir eigentlich gerne in den Short suchen. Kaffee, naja, wenn man das Prinzip mal verstanden hat, ist es eigentlich ziemlich simpel. Kaffee hat hier damals auch die Nulllinie da unten eben erreicht. Im Anschluss ging es extrem nach unten. Dann haben wir irgendwann nochmal einen Einserwert erreicht. Dann kam eben hier dann die Aufwärtsbewegung. Gerade mit dem neuen Schlenker da hoch. Da haben wir dann wirklich das extreme Tiefen markiert. Dann ging es länger nach oben. Und jetzt ist dann eben wieder gerade da unten in den Verkaufen-Bereich reingekommen. Finde ich eine wunderschöne Marke, wo man mal einen Short versuchen kann. Was mir auch noch gefällt, die grüne Linie, die hat das neue Hoch da gar nicht mehr bestätigt. Das Kaffee da oben nochmal gebildet hat im Vergleich zu hier. Und somit auch ganz spannend, dass man hier vielleicht mal ein paar Tage Abwärtstrend sehen könnte. Außerdem könnte man hier noch einiges im Volumen reininterpretieren. Wer meine Kurse besucht hat, weiß warum und was das bedeuten kann. Also schaut ganz interessant aus für einen Short. Zumindest nur rein auf die Code-Daten begründet. Bei Gold sehen wir aktuell was ähnliches. Auch hier, gerade hier funktioniert übrigens der Code-Indikator extrem gut. Und hier hatten wir damals mal ein Verkaufssignal. Das ist da unten entstanden. Es gab dann wirklich einen Short. Und jetzt haben wir wieder ein wunderschönes Verkaufssignal. Das war auch damals eben ein Verkaufssignal. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass hier eine Korrektur einsetzt bei Gold. Die ist ohnehin überfällig, gerade auch bei Silber. Und Silber ist der Indikator noch nicht ganz so weit unten. Aber bei Gold haben wir das eben schon. Und hier könnte ich demnächst einmal eine Korrektur ansetzen. Und danach geht es erst wieder nach oben weiter. Also hier auch vielleicht den nächsten Tag ein bisschen aufpassen. Ja, schaut einfach ein bisschen shortig aus. Außerdem hier, der Indikator hat Anima das hoch so richtig bestätigt. Also einfach achtgeben, ein bisschen vorsichtig sein. Und nur, wie gesagt, auf die Art der Code-Daten betrachtet. Sonst kein Indikator dazu. Sonst gar nichts. Nur Code-Daten betrachtet. Und da ist eben der Marktgrad sehr interessant, was Signale betrifft. Und dann habe ich zum Schluss noch einen Uranwert mitgebracht. Das ist Energy Fuels. Man könnte hier auch aktuell andere Uranwerte anschauen. Die sind alle ziemlich ähnlich. Von der Wellenbewegung her oder halt vom Muster her. Zum Beispiel Kamiko könnte man sich nur anschauen. Paladin Energy. Gibt es viele, viele andere noch. Und die Aktie gefällt mir gerade extrem vor dem, was sie hier an Muster bildet. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert wahrscheinlich, das zu erklären. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall finde ich das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell bei der Aktie extrem spannend, extrem gut. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass hier eine Aufwärtsbewegung einsetzt. Gerade eben vor dem Hintergrund, weil wir gerade alle Atomkraftwerke dicht machen. Das ist eigentlich absolut, ich sage jetzt mal, Kontraindikator, wenn man so will. Und mir gefällt einfach das Muster, das sich hier drinnen gebildet hat. Und ich möchte hier deswegen einen Long-Einstieg suchen. Irgendwo da unten drunter einen Stop platzieren oder hier. Das weiß ich noch nicht genau. Also ich bin da noch nicht drin. Also ich habe schon eine Deaktie, muss ich dazu sagen. Das ist für mich ein Langfrist-Investment, das ich getätigt habe. Und suche hier aber jetzt gerade einen neuen Einstieg für einen neuen Long. Und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich sehr, sehr spannend gerade. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen was. Das ist es mit meinem kleinen Sonntagsvideo. Ich hoffe, das bringt ein bisschen News. Vor allem für die kommende Woche, dass man ein bisschen Input hat. Weiß, was man Märkte anschauen könnte, was man handeln könnte. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, fürs Zugucken. Für viele oder für einige wird jetzt ja dann die Urlaubszeit wieder zu Ende sein. Das normale Arbeitsleben geht wieder los. Und da wünsche ich wieder einen guten Start. Und ja, bis zum nächsten Video. Und vielleicht sehen wir uns ja bei mir in der Discord-Gruppe. Würde mich freuen. Und die ist komplett kostenlos. Einfach mal unten den Link schauen. Und da können wir uns dann weiter austauschen. In dem Sinne, noch einen schönen Sonntag, einen ruhigen Sonntag und eine tolle Zeit. Und da können wir uns dann weiter austauschen.